pok hallo und herzlich willkommen zurück zu life is strange so wir sind jetzt in der vierten episode und fahren mal fort und wird der episode dargerungen oder Okay. Es wird nicht funktionieren. Ich weiß, dass das nicht schön ist für einen von uns. Frau Caulfield, bitte, erzähl uns alles. Hey, Stelma und Louise. Das ist Rachel's Bracelet. Warum hast du die Bracelet mit ihr Bracelet? Entschuldig dich, okay? Es war ein Geschenk. Max, wir müssen bald finden Rachel. Wie du gesagt hast, es ist Zeit zu starten die Suche. Willkommen in meinem Domain. Wir finden was, was wir wollen, und schlagen es. Max, wir müssen uns diese Schilder anschauen. Rachel in der Schmerzen. Über und über. Das ist es. Entschuldigung. Ich habe Bilder von Rachel und Frank. Being... mehr als ein Freund. Ich kann nicht glauben, dass sie Frank bliehen. Rachel straight up ließ meine Gesichter. Warum nicht sie nichts sagen? Also, wer du die meisten wollen? Mein Vater, natürlich. Hallo? Nein, du bist nicht. Du weißt, was es ist, dass dein Vater nach Hause kommt, wenn du ein Kind bist? Seitdem er stirbt, meine Leben wurde in verdammt. Chloe. Ich bin großartig. Wir sind großartig. Hallo. Du hörst sogar, Maxine? Das ist total verdammt. Was habe ich noch verändert? Max Caulfield. Hold auf. Chloe. Chloe. Du hast einen Besitzer. Oh ja. Oh ja. Stimmt. Das habe ich schon wieder total vergessen. Bitte ihm mal tiefer aufpassen. harp fotos. Ich tue so über Financials distinguished. Bei meinenheusern. Ich tue das. Du bist am Start schon zu gehen. そ surgical Gerät hat mich eingeni word? Er steht ausgeprompens Af83 Aktuell. Square Enix Dontnod Entertainment Life is Strange Episode 4 Dark Room To be continued... To be continued... Es ist... ...weird... ...hanging out with you again. Ich weiß. Ich bin glücklich, dass wir uns sind. Es war schön, dass du mir die Zeugnisse geholfen hast. Das ist mehr als meine anderen Freunde. Und du hast sogar geschrieben, auf dem coolen Parchment-Papier. So, Max. So pretentious. Aber ich liebe es schreiben, wie ein Englisch-Poet. Du verdienst das beste Stationery. Wahrscheinlich einfacher zu schreiben, als zu besuchen. Ich meine das nicht in einem wunderschönen Weg. Nicht total. Du wahrscheinlich wolltest zu vermeiden, wunderschöne Gespräche wie diese. Uh... Pretty much. Ja. Ja, aber das Schlimmste, was du kannst, ist mich wie ein Baby behandeln. Ich will trotzdem rüchtern und sprechen mit meinem Freund. Kannst du uns aufhören? Das ist wirklich die beste Sicht der Sonne. Was haben die Fotografie gesagt? Die Golden Hour. See? Without dich hier, ich hätte keine Ahnung. Ich bete, du kannst du ein paar fantastische Bilder nehmen. Die Beeched Whalen sind so schade. Ich weiß, wie sie sich fühlen. Am besten, ich bin hier mit dir. Du bist ein wahrer Überzeugung, Chloe. Ich weiß, dass du so viel zu tun hast. Ich will nicht jemanden, dass ich mich verletzt fühlen. Ich kann das tun. Mit meinen Eltern. Mein Vater fühlt sich immer schuldig, um mir das Auto zu kaufen. Über den Unfall reden. Über den Unfall reden. Ist es okay, dass du über den Unfall sprechen möchtest? Wir haben es nie wirklich, hm? Es gibt nichts zu sagen. Einige Brot in einem SUV hat mich ausgelöst und ich flieh in den Dich. Erinnerst du alles? Ich sah alles in der Zeit. Ich sah mein Brot schnappen und... ... und das war das letzte, was ich in meinem Körper in meinem Körper fühlte. Wenn ich in dem Krankenhaus wachse, konnte ich ein Mussel nicht mehr verletzen. Jesus. Ich... Ich weiß nicht, was zu sagen. Nicht sagen nichts. Ich bin nur glücklich, dass ich dich wieder sehen konnte. Ich könnte, dass ich aus dem Blut verletzen habe, wie die Frau von Blackwell. Rachel oder welches für Mist der Mädchen? Nee, ich würde nicht Rachel sagen. Ich würde... Was ist die Frau von der Mädchen? Ich weiß nicht, dass ich ihre Namen nicht weiß. Ich habe es nur in den Nachrichten geschrieben. Ich fühle mich schlecht für ihre Familie. Und das ist so eine andere Welt, als wenn wir Kinder waren, nicht wahr? Nach dem Schnee und Eklipsen ist es eher das Ende der Welt. Naja. Möglich ist es schon. Möglich oder glaubst du? Ich weiß nicht. Möglich. Möglich ist es, aber... Ich würde gerne denken, dass wir immer Dinge ändern können, um das besser zu verändern. Ich würde gerne denken, dass das auch. Aber ich habe nicht viel Hoffnung diesen Tag. Ich weiß, dass Dinge aus dem Kontrollen seien, aber... Ich glaube, dass wir uns zusammenarbeiten können, um das besser zu verändern können, um das besser zu verändern, um das besser zu verändern, um das besser zu verändern. Max, danke für mich zu kommen. Du machst super. Ich glaube nicht. Um, mein Nose ist kold. Vielleicht sollten wir nach meinem Ort zurückkommen? Es ist hella kold hier. Hella? Ich liebe das Wort, keine Offenheit. None taken. Eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pit exemplar Absicht, eine Frau Werden止, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sherlock's Lonely I didn't add Ja, ich lese mal ganz kurz oder gucken wir das alles mal kurz an Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield Ach, da war noch mehr Ich denke an dich, liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen Hugs and kisses, hugs and kisses, Megan Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie... Ich hoffe, es geht dir gut schreibe Wer weiß, ich weiß, dein Leben ist jetzt anders Und ich möchte nicht, dass das unsere Freundschaft im Weg steht Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe Aber das ändert sich bald Ich hoffe, es geht dir gut Liebe Max Oh, ich kann da nicht reingehen Oh, ich kann da nicht reingehen Ach, da ist das Wasser Schwierig Ja, ich bin ein Pod und ein Cast Boring Ouch Es war nur ein Gefühl Ich weiß, dass du einfach versuchen kannst Ja, das ist ein schlechtes Habit von mir Du klingt wie ein Kind Du klingt wie ein Kind Es scheint, wie wir Kinder in einer anderen Welt Ich wünsche mir das Ich wünsche mich da Ich wünsche mir das Ich wünsche mich da Ich wünsche mir das Ich wünsche mir das Ich wünsche mir das Ein DeLorean Oh, also Mit deinem Spruch Du kannst das Aber Zeitgeist wird Das können Die Dinge Und Welche Freunde? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Chloe, you're priceless. Uh, no pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course I'm all geeky when I be one. Mm-hmm. Uh. That's what we always do when we watch movies. I remember, Max. I swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Bladerunner. ... I've never seen. But I know Blade. And it's very cool. Snowglobs have taken over. Oh, the Snowdough. I guess not everything changed. ich guck dazu noch mal hier nach piraten an der an die macht pirate power hallo chloe she likes fluffy animals now that's a serious heat lamp does chloe look at the garden and think about her childhood she can't even feel the grass now yeah i'm glad i took this photo chloe has a new memory of william and her together jetzt gucken wir uns mal die schluckern chloe was a straight a student she could have gone to any college what a bastard i totally should have let chloe steal your bullshit fund even if it wasn't another reality blackwell academy 8 august 2011 sehr geehrter mr price sehr geehrte mrs price als direktor stehe ich in zahlreichen anfragen zu klaus besonderen ansprechen bezüglich ihres rollstuhls und der barrierefreiheit et cetera wohlwollend gegenüber blackwell ist stolz darauf dass schüler mit behinderungen vollständige konformi konformität mit dem behinderten behinderten gesetz erwarten können allerdings wurden campus und schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht mit den modernsten renovierungen unterzogen worden die zur erfüllung der bedürfnisse ihrer tochter und ihres bedauernswerten zustandes nötig sind möglicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten beklagenswerten budget kürzungen in der bildung viel mehr spenden erforderlich um die blackwell akademie auf den neuesten stand zu bringen aber dieser tag wird kommen chloe ist zweifellos eine unglaubliche schülerin und hat trotz ihres handicaps großes potenzial ich glaube sie würde das h west miskatonik institut in bolton als passendere und bereichernde schulische umgebung empfinden das institut verfügt über eine lange liste an absolventen mit behinderungen und ich weiß dass chloe dort ihre akademischen galanzleistungen in einem angenehmen umfeld fortsetzen kann angesichts ihres hervorragenden notendurchschnitts besteht kein zweifel dass miskatonik chloe mit offenen armen empfangen würde ich hoffe sie werden diesen vorschlag ernsthaft in der grund ziehen da bin da ich sicher wenn ihre tochter würde eine schule bevorzugen punkt bevorzugen die ihren vielen bedürfnissen gerecht wird ich füge ebenfalls broschüren anderer potenzieller schulen in oregon hinzu wenn sie fragen haben kontaktieren sie bitte mein sekretariat mit freundlichen grüßen director wells okay cool und zwar alles sie sind noch eine glückliche Familie wieder es ist cool dass in dieser realität chloe wirklich liefst zu schulieren auch Jetzt haben wir eine Film-Night. Oh mein Gott, ich brauchte den Film für sie, wenn wir zwölf waren. Oh mein Gott. Oh mein Gott.